Heute Abend Live-Stream, kommt unbedingt vorbei, ahahaha! Ja Leute, was war das denn, Alter? Was war das? Irgendwas ganz... Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. Heute zusammen mit den Salzbuben, mit J.P. Smith. Da, Lukat. Moin, Leute. Und Max, was geht, Alter? Schön, dass wir wieder hier in... Hi, Rebi, Mann. Freut mich, dass ich da bin. ...kompletten Squad am Start sind. Ist ja einfach nur geil, oder? Ist ja einfach nur ne geile Zeit. Ja, wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal wieder zusammen. Hat jetzt länger nicht stattgefunden, nach großer Ankündigung. Als Team, genau, genau, genau. Vorher nochmal in der Mannschaftskabine ein bisschen geschnackt über die Außendarstellung, dass wir ein bisschen charismatischer auftreten. Genau, genau. Und es hat Wirkung erzielt, muss ich sagen. Also, wir sind alle topmotiviert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wir sind alle wirklich topmotiviert. Wir arbeiten ja auch gerade heiß mit Epic Games zusammen an unseren Trikots. Die werden sicherlich noch bekommen werden. Dauert halt nur ein bisschen, bis sie dann... Die haben, glaube ich, noch das eine oder andere vor Gericht zu klären. Da kann ich aber nicht viel zu sagen. Ja, irgendwas mit Pfannen und so. Ja, ich will es gar nicht wissen, du. Ich will es gar nicht wissen. Max, mach mal. Wo gehen wir hin, Alter? Gehen wir nach Spandau, oder? Eigentlich müssten wir wieder Salty, weil wir sind die Salzbluten, ne? Ja, ja, stimmt. Nach wie vor. Ich finde es nice, dass man jetzt die Marker sieht. Ja, das sieht richtig gut aus auf der Map, ne? Ich glaube, das haben sie aber von PUBG gestohlen. Ich glaube, da könntest du direkt... Warte. Ja, da kommt ein Lawsuit. Ja, da kommt einer. Ich habe ihn ganz klar gehört, ganz klar. Gehen wir zum Backsteinhaus. Können wir gerne machen. Ich werde abgeschlossen. Werde beschossen. Von wo? Schießt da immer noch der Typ? Ja, der schießt hier ins Fenster rein. Was ist denn mit ihm, Alter? Okay, ich habe einen Diegel. So. Wenn wir jetzt einen blauen Haus, hör mal. Hä, wo ist denn der? Auf dem Hügel. Gleich wird zurückgeschossen. Ich sehe ihn da unten. Ne, lass den mal kommen. Vor mir, vor mir, vor mir, Max. Ich werde angegriffen. Okay, ich komme. Digga, der schießt immer noch auf mich. Der Sack. Ich habe keine Materialien, Digga. Alles gerade verbaut. Er ist hier, glaube ich, in der Garage oder so. Ah Digga, er ist so low, er ist so low. Hol ihn bitte. Dass er mich noch finnigt, Alter. Max, was war das, Alter? Der Typ hat 8 HP. Der Typ hat 8 HP und geht mir die ganze Zeit auf den Nerv. Danke. Danke, Harry. Super, haben wir das auch direkt hinter uns. Auf nach Salty Springs. So, was haben wir hier oben drin? Okay. So, hast du eine Waffe? Ich habe eine Pistole. Er spricht sich rum. Das W hier landet. Ich glaube, Fortnite hat doch eben einen Poster abgesetzt. Achtung, Sperrzone. Salzbuben online. Oh, Max. Mein Haus wird abgebaut. Will der Gasangriff? Er kriegt Gasangriff. Ja, hier ist er. Hab ihn. Hast du Gas? Ich wollte ihm Gas geben, Alter. Wo ist denn die Kiste? Komm her, Kisten. Hab ich dich? Wo? Alter, hab ich mich erschrocken. Sorry. Ich hab gepupst. Vorne Spieler, vorne Spieler. Einer noch im Haus drin, ne? Schönen. 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 Hier ist eine blaue AR für dich. Ich hab dir aber erstmal die ganze Zeit zugeguckt, wie er auf dich geschossen hat. Ja, fand ich gut. Ne? Muss man da auch einfach mal ein Zeichen setzen. Gas! Hier ist ein Medik-Pack. Kann ich mitnehmen. Wenn ich jetzt noch eine Sniper hab, Alter. Schön, Mensch. Dann hat man ja... Ja, willst du da haben? Ach du, Max. Steine. Behalt sie ruhig. Ich hab noch leckige Pömpel-Grandaten. Dann wollen wir mal in Dusty wieder reingucken, oder? Ja, gerne. So. Da unten sind zwei Leute. In Dusty. Boah, der hat einen Headshot von mir bekommen, der eine. Ich werd da Gas rein. Gas! Gas! Boah, die Armen. Arm-Hit. 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 Perfektanat. Ober. Rewe. Rewe. Ober. Rewe. Beide down. Beide down. Schönes Ding, Rewe. Alter. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Nimm die Waffe. Ja, sehr gut. Ich bin wirklich gerade. Ich hab jetzt Supporter. Leute, bei mir als erstes. Die neue Waffe. Du bist. Smash den Like-Button. Auf geht's, auf geht's, Alter. Erster in ganz YouTube-Deutschland. Gewonnen mit dem neuen Skin. Hast du Schild? Leider gar nicht. Ach Gott. Max, machst du das? Nein. Die Granate nicht. Echt nicht? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich scanne einmal. Ey. Du hast die geworfen. Nein. Ah, oben vom Berg. Da reicht's mir. Da reicht's mir. Nee, nee. Der piekt da oben immer noch. Okay. Von wo war das? Ja, müssen wir hoch, Max. Der nervt sonst. Warte mal. Wollen wir nicht so ein Steinchen mitnehmen? Können wir ja vorne machen. Aber wir müssen irgendwie links rum. Boah, ich muss unbedingt hier weg, Digga. Aber ganz zackig. Ich hab einen down. Schön. Der andere hat auch gar nichts gemacht an der Stelle. Der ist aber stehen geblieben. Da hab ich einfach keine Lust mehr gehabt, der Typ. Also, oh, ich werd in den Rücken geschossen. Na dann hör ich auf. Ja, dann lass ich's lieber sein mit dem existieren. Ganz ehrlich. Brauchst du ein Medikin? Oh, ich hab zwei Stück. Aber hier muss man jetzt unten noch ein paar Pilzchen gömmen. Man kann ja sagen, was man will. Aber wenn wir jetzt mal kurz von der wissenschaftlichen Seite das betrachten. Referieren wir über die Plura und Fauna wieder im Krater von Dusty Devo. Kann man sagen. Das sind die neuen Bäume, ne? Die auch tatsächlich dank der neuen Spurenstruktur die Möglichkeit gegeben haben, dass hier Pilze wachsen. Das ist ganz spannend, ja? Was hier sich im Ökosystem grad abspielt. Wenn ich da noch einmal fragen darf. Ja, bitte. Pilze und Bäume. Die bilden doch eine Symbiose. Äh, ganz genau. Das sind doch, Pilze sind doch sogenannte Symbionten. Symbiotaten. Äh, neben mir, neben mir. Oh nein. Guck mal, wie die auch schon bauen, Max. Das geht in die Hose. Ich häng meine Treppe fest. Ich hab einen Baubuck. Nein, ich hab einen Baubuck. Oh mein Gott. Ich wurde gelöscht. Er hat mich gefinischt. Ja, ich hab ihm 7er Schaden in den Rücken gegeben auf die Distanz von einem Zentimeter. Ja, und ich hab auch meine Schrotflinte nicht nachgeladen. Das war mein Fauxpas, Max. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Revi. Hallo. Hallo. Dallokat. Dallokat, ich hab dich mal eingeladen. Ja, ich hab eigentlich angenommen. Die hast du nicht. Doch, doch. Bist nicht hier. Nein. Einlagen, Revi, ablehnen. Max, Dallokat ist bei uns jetzt. Gut, Leute, weil es nicht so gut mit Max und mir als Forster-Team geklappt hat, haben wir jetzt Dallokat dazu geholt. Dallokat, kennst du dich mit Pilchen und Sporen aus? Naja, Pilze geben Schild. Auf geht's nach Spandau. Salzbuben. 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 Okay, Spandau. Salzbubenangriff. Nicht wahr, Jay? Ja. Jay kann einfach mal sein Maul halten. Guck mal, Alter, wie wir genau alle 3 markiert haben, wer welches Haus nimmt hier, Leute. Es sind 12er-Teams. 8 12er-Teams. Achso. Loll. Ja, wie soll denn 8 durch 100 geteilt werden, ne? Naja, wenn man da noch was aufrundet. Entschuldigung. Ist kein Problem. Andreas Kieling hier. Andreas Kieling? Ja, das ist der Busch. Ah. Doch klar. Achtung! Zeugen Jehovas Wachtturm! Ah, der ist wieder so ein Zeugen Jehovas Wachtturm? Ja. Wollt ihr Schildschränke? Oh, ich würde Schildschränke nehmen. Gern, ne? Kann ich auch was haben, Max? Wir können schön das Rewi da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Weißt du, jetzt kann man Rewi auch nicht mehr mobben und irgendwie Hasskommentare schreiben, weil das wäre ja Mobbing. Max, ich komme im Einkaufswagen nicht durch. Max, Hilfe! Max! Wo ist denn der Sonderschlussverkauf? Hier, ich fuß dir in den Wagen, ja? Ja, bitte. Oh, läuft! Alter! Kannst du damit fahren? Wuuuh! Ne, leider nicht. Okay, von unserem Team leben noch acht Leute, wir sind damit Zweiter. Aua! Das muss ja wohl nicht sein! Hat jemand noch ne Sniper? Ne. So, stoßen wir jetzt zu unseren Mates oder machen wir... Wir stoßen zu unseren Mates und dann stoßen wir die Gärtner weg mit unserem... Hier sind unsere Teammates, vorsichtig, nicht wenn die was klauen. Könnt's sein. Ja, die klauen. Ich seh das schon am Gesicht. Am Gesicht? Ja. Hier ist noch ein großer Schildtrank, wa? Wir nehmen dich mal mit, wa? Wir nehmen dir mal, wa? Was? Was? Max, willst du wirklich da hoch? Klar. Du musst aufpassen wegen der Höhenluft da oben, ne? Ja, nicht, dass ich Druck auf den Ohren bekomme. Ja, oder vielleicht auch einen Klack-Anfall. Ich mach dann... Aui! Au! Was hattest du vor, ey? Ich hab nur gerade... Ich hab nur gerade überlegt, ich hab's aber sein gelassen. Da vorne ist noch ein großer Schildtrank, wenn ich das richtig sehe. Ich kann stacken, ich hab schon einen davon. Ja, nice. Von dir. Konntet ihr eigentlich schon den Limited, äh, den Playground-Motion? Oh ja, Digga. Oh ja. Echt? Bei mir ging das schon nicht, da war schon dauernd. Ich bin so froh, ich hab genau eine Stunde aufgenommen, das Video dazu. Und dann ist offline. Max, was haben wir hier vorne für ein Exemplar? Schau mal her, komm mal her, Max, komm. Guck. Oh, Pilze. Kannst du mir kurz erklären, was für ein Pilz das ist, Max? Wir haben ja eben einiges gelernt. Ja. Warte, testen. Das ist einer der berüchtigten Weinpilze. Achtung, Pilz. Nicht drauf drehen. Max, möchtest du vielleicht kommen? Dieses ganz langsame Einbau noch dazu. Das ist ein Birkenmilching. Ein Birkenmilching? Ja. Vier bis zehn Zentimeter breiter Hut. In der Mitte vertief. Fransige Schuppen. Fleischfarben. Fleischfarben. Weiß ist Cremefarben. Stilfarbe ist rosa. Spuren hellgelb. Ja, im Mischwald, da sind wir gerade. Und obendrauf ist blau. Aber immer mal in die Zone. Kannst du stacken, Dalu, irgendwas davon? Mal hier. Nein. Kann ich Ihnen anbieten heute gute, gute Sachen, gute, gute Sachen. Halbe Preis. Zum halben Preis. Wodka, Energy, Gin, Tonic und Medikits zum Magen auspumpen. Zum halben Preis. Herr Knabe, kommen Sie, bedienen Sie sich. Der Mann war nicht... Also das zum halben Preis. Max, hast du zu sehr am Pilz gerochen? Das war doch ein alkalischer Rötling. Also von uns leben noch acht. Vom Gegner-Team zehn und die anderen sind auf jeden Fall gar nichts wert. Das heißt, Gegner-Team eins könnte uns eventuell gefährlich sein. Unser Team hält aber ganz gut zusammen hier. Aua! Richtiger Teletubby, Alter. Okay, Jungs. Wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, Dalu und Max, hier oben sind Einkaufswagen. Wir fahren jetzt die Rampe auf Richtung Pleasant Park runter damit, okay? Da freue ich mich. Entweder wir gehen alle drauf. Oder nicht. Oder... Oder eben nicht. Oder halt nicht. Auf geht's, Leute. Hoch hier. Aua, mein Baumaterial. Wieso muss ich denn hoch bauen? Oh, Schüssel von 60. Nicht nachlassen, Jungs. Wir wollen mit dem Einkaufswagen fahren. Ah, ich hab guten Schuss auf den. Oh, der schießt auf euch. Wussten der. Wie sind die denn? Unten bei den Bäumen. Hat zwei Hits. Einer hat von mir... Auf die Distanz, den pisst du nicht so gut, oder? Hat er auch nen Hit. Oh, hat nen Headshot. Ja, da können wir drauf pushen, oder? Die sind so low. Ja. Hier ist ne gute Wand. Einkaufswagen, Einkaufswagen kommt! Ja, fahr da einfach mit dem Einkaufswagen runter. Ich bin aber schon unterwegs. Ich auch. Hab' ich noch mal gehettet, Halu? Ja, Schild. Down. War's noch zwei, oder nicht? Fehlte nicht nur einer? Nee, den hab' ich. Oh, der Berg ist noch drin, oder? Auf mich wird gesniped. Ja, passt auf. Wir snipen. Ja, wir sehen. 15. Hat'n 20er Schild. Ich push ran. Okay. Dahinter kommt noch einer von denen. Ja, wir müssen eigentlich in die nächste Zone, wa? Sollten wir laufen. Der eine hat kein Schild und ist low. Vor dem blauen Haus. Links oben auf dem modernen Haus ist auch noch einer. Der modernen Haus ist noch einer, ja. Du hast recht. Jungs, die Zone macht uns gleich fertig. Ja. Oh, der hat nen Jump Head, der hat nen Jump Head hier. Oben auf dem modernen Haus. Der vorne ist aber noch ein Gegner. Der vorne ist aber noch ein Gegner. Jungs, ich seh' das Jump Head nicht. Auf dem modernen Haus. Hab' ihm Header gegeben. Ja, von mir. Der müsste unterschied sein jetzt, ne? Ja, er snoppt. Der snoppt da oben. Der snoppt. Ja, okay. Oh, die Zone. Oh, wir müssen laufen. Ja. Bei mir wird gejump Headed aber das ist einer von uns. Oh. Also wir sind auf jeden Fall führend. Mit ähm... Oh, mir ist da einer. Ist das nicht... Zwischendurch ist auch noch ein Mate. Genau. Auf geht's, Mann! Jungs! Mach Pilze! Was wird n Winden, Rewe? Was wird n Winden, 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 Winden? Lol, die sind unten am Maprand. Giftgasangriff. Oh, Rewe wird weggeballert. Ne, ne, ich hab... Ich bin einfach runtergefahren. Ah, die letzten werden grad mit dem Gas gekillt. Ich bin auch noch Kills. Bitte. Ich glaub hier unten... Ja, die sind alle tot. Ja, gut. Eine Person hängt noch irgendwo. Ich weiß auch wo. Nein, Rewe. Vorne Richtung S. Unser Mate tritt sich nicht hin. Mein Mate hab ich nicht gesehen. Der genau vor mir am Boden lag. Nein, bis der Gegner... Er hat da weggeschrotet. Ja! Einfach, oder? Also war easy. War also mit zwei Kills. Da kann man sagen, was man möchte. Jaich, Buben! Jaich, Buben! Jaich, Buben! Rewe, Rewe, ich komm los. Schau ich aufhören? Ja. Leute, das war's von meinem Video. Lasst einen Daumen nach oben nach. Schaut bei Max vorbei. Schaut unbedingt bei Jay vorbei. Ganz wichtiger Teilhaut der Truppe immer wieder. Das war's. Schaut bei Dale vorbei. Tschüss! Ciao! Bye, bye!